Ich begrüße Sie sehr herzlich, liebe Zuschauer. Zwei Stunden Musik haben wir heute im Programm. Zunächst in der Super-Hit-Parade mit Dieter Thomas Heck und ab 11.35 Uhr präsentiert Chris Howland Souvenirs Souvenirs. Unter dem Kennzeichen D um 12.10 Uhr berichten wir über Udo Lindenbergs Auftritt in Ost-Berlin, über das Fußball-Länderspiel Bundesrepublik Deutschland-Türkei als Politikum und über die Diskussion innerhalb der CDU zum NATO-Doppelbeschluss. Außerdem zeigen wir, wie sich das Bild von Justiz und alternativer Szene bei der Mutter des angeklagten Berliner Journalisten Benni Herrlin verändert hat. Moderator ist Joachim Jauer. Zur gewohnten Zeit dann wieder die Presseübersicht und neueste Meldungen der heute Redaktion. Und nun, verehrte Zuschauer, präsentiert Ihnen Dieter Thomas Heck noch einmal die Super-Hit-Parade. 20 Schlager, die man nie vergisst. Schlager, die von Ihnen, meine Damen und Herren, ausgewählt wurden. Ich wünsche Ihnen nun gute Unterhaltung bei Ihrer Super-Hit-Parade, die Sie über stereotüchtige Sender auch mit Stereoton empfangen können.